Tagesenergie, Dienstag, 5. April. Lassen Sie Luft ins Haus, in die Kästen, auch die Betten sollten Sie lüften. Saugen, Staub wischen, alle trockenen Reinigungsarbeiten wären empfehlenswert. Die Zimmerpflanzen könnten umgetopft werden und dabei wäre es gut, etwas neue Erde hineinzugeben. Sie können Ihre Beziehung festigen, auch gemeinsames Ausgehen und Freunde treffen wäre sehr aufbauend. Haut- und Nagelpflege ist günstig. Sie können große Ideen umsetzen und sind sehr produktiv. Der Sinn für Erfolg macht Sie geschäftstüchtig. Sie sind praktisch und Ihre Erdverbundenheit schafft Stabilität. Und die heutige Bauernregel sagt, gibt es zumindest einen Sonnenschein, bringt das viel und guten Wein.